solo wir machen weiter bei muss kurz was lesen ok mekker 2 und das letzte mal haben wir ich kann schon mal im toll geben eigentlich haben wir das level von chosen angefangen und das scheint noch ein bisschen zu gehen dann habe ich den part beendet weil ich doch zeitlich nicht jetzt zu einem stundenpart wieder werden lassen wollte also mal schauen wie lange wird sie noch drin hängen aber jetzt fühle ich mich ein bisschen lockerer weil es halt der part neu angefangen hat und ja es fühlt sich besser an wenn man weiß es wird jetzt nicht grad wieder ein stundenpart entstehen weiß auch nicht irgendwas psychologisches ich wollte gerade sagen da ist der safe wieder aber hat nicht funktioniert ja 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 Ah, schade, hätte ich ihn gehauen. Ich wollte noch sagen, ich gehe lieber nochmal auf Nummer sicher, mache noch einen Dreher hinterher, aber irgendwie habe ich keinen Dreher mehr hinterher gemacht, warum auch immer, warum auch immer, ich das nicht, ah, geh weg, okay. Ach komm, ey. Ach komm. Jetzt aber. Oh oh, habe ich noch einen Dreher? Ja, gerade so, hatte ich noch einen, okay. Aber ich habe es ausgelöst, schade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ist der Rhythmus, der Rhythmus passt nicht, wie mache ich das jetzt hier? Jetzt am besten durch, okay. 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 Nein! Oh 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 oh! Shit. Ah, das ist bald. Too soon! Ah, es ist gerade echt. So, wir lassen die Box hier unten, also die Box, sag ich schon, die Coin, Blocksnake lassen wir stehen, hier nochmal ein bisschen vorsichtig und jetzt können wir eigentlich durch, ah, jetzt rüber. Es ist so, ich habe halt keinen Rhythmus, ich komme immer nur auf gut Glück eigentlich durch. Es fühlt sich so unkontrollierbar an. Das kann ich kontrollieren hier, aber diese fallenden Goombas kann ich nicht vernünftig kontrollieren. Das ist jedes Mal Twilight Terror. Und damit relativ frustrierend. Oh, ich habe, glaube ich, beide gerade eingesetzt, dann gehe ich lieber hier runter, bevor ich den komplett verliere. Okay. Äh. Ja, dann hat's so. Okay. Boah. Nein. Es muss halt auch noch schnell sein. Ach, scheiße. Oh, das ist doch... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Es hat diese... Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. of fu ūa 英 probabilität. Okay, ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Rhythmus, um hier durchzukommen. Nein. Ich habe die Box nicht mitgenommen. Ich bin so dämlich, ich habe die Box nicht mitgenommen. Es gibt es doch nicht. Wie blöd kann man denn sein? Aber ich habe gerade was gesehen. Vielleicht kann ich die Pflanzen loswerden. Ich muss mal was probieren, aber das Problem ist halt, dass es... Man hat halt überhaupt nicht viel Zeit, das auszuprobieren, weil du ja ständig den erneuern musst. Und dadurch bist du sehr in deinen Möglichkeiten beschränkt. Oh oh, ich habe jetzt ein Problem. Ich habe einen Dreher zu wenig. Ich habe es gerettet und dann habe ich komplett verkackt. Ach, komm schon. Geh heim, ey. Oh oh no. Oh oh oh. Musik. Oh oh no. Oh no! Nein, Gott, dang it. Natürlich geht der jetzt da dagegen. Oh Gott, jetzt bin ich wieder komplett aus dem Rhythmus raus, in dem ich sonst hier drin war. Nein! Die Goombas habe ich jetzt verstanden. Wenn ich den einen erwische, muss ich im Prinzip einfach nur durchziehen. Aber... Was da hinten halt kommt, macht es nicht besser. Und du weißt halt nicht, was nach dieser Scheißröhre kommt. So, kommt was, wo ich sofort reagieren muss. Ist er freundlich und hat den Checkpoint dann gesetzt. Man weiß es halt nicht. Das hat mich hingehauen. Oh Gott, ich dachte jetzt, ich lernte in dem Eiszapfen drin. Ich habe mich schon im Eiszapfen gesehen. Okay, der erste... Nein! Oh, ich schmeiß gleich irgendwas. Gibt es doch nicht. Nein, ich gehe weg. Nein, ich gehe weg. Neue Nachricht. Was ist denn los heute? Ich brauche jetzt keine Nachricht. Keine Zeit. Ich muss hier ein Level schaffen. Ich dachte schon wieder. Okay, der Rhythmus ist gerade nicht der beste, aber wir kriegen es hin. Okay, so. Und jetzt habe ich den Dreher nicht. Scheiße. Jetzt hatte ich den Dreher nicht mehr dran. Komm schon, ey. Wir waren so nah, so nah waren wir noch nie. Wir hatten noch nie die Pflanzen erledigt. Oh. Gefährlich, was ich hier tue gerade. Okay, jetzt habe ich einen guten Rhythmus, was die Gumbass angeht. Jetzt komme ich hier gut durch. Ja. 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 Ich bin jetzt noch nicht der Rhythmus, was die Gumbass angeht. Das Level ist halt auch so ein konstanter Lernprozess, ne? Du musst immer wieder neu überlegen. Wieso habe ich das angefangen? Ich hätte es wissen müssen, dass ich nichts von Chancen spielen darf. Das bringt mich nur wieder an den Rande des Wahnsinns. Okay, der erste Gumbas ist gerade rausgefahren. Irgendwas passt mit dem Rhythmus. Der Rhythmus hat überhaupt nicht gepasst wie sonst. Ach man, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Der Rhythmus war jetzt von dem Gumbas ganz komisch. Überhaupt nicht wie ich es gewohnt war. Jetzt haut es mir das Kabel hier gleich wieder weg. Das ist... Nein, jetzt muss ich hier wieder außen rum. Komm her jetzt. Da gehst du rein. Brav. Nope. Jetzt wären wir übrigens bei der Stunde angekommen, ne? Jetzt ist eine Viertelstunde hier rum und ich habe bei einer Dreiviertelstunde vorhin das Video beendet. Jetzt hätten wir meinen Stunden hart. Und ich wäre noch viel nervöser und aufgeregter. Nein, ich habe gleich einen Scheißfehler wie gerade eben gemacht. Das gibt es doch nicht. Ich will nicht die ganzen Stellen spielen, die ich schon mal geschafft habe. Ich will die Stelle da hinten spielen. Alter. Hier krippelt ich gerade schon wieder, Alter. Ist dieartig. Alter. Du musst Aggression unter Kontrolle halten. Boah. Boah. es hat wieder nicht normalerweise passt es wenn der man gibt es doch nicht so ein frustrierender mist na so jetzt passt es nämlich seht ihr das wie schön die aufeinander fallen und genau das wollte ich von eigentlich auch einfach haben aber wie soll mich wie soll ich das denn so schnell schaffen hey ich raff das netz ich habe immer nur zwei ich muss zweimal hoch drehen so und dann muss ich direkt wieder rüber aber in der zeit geht es kaputt der 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 mister gibt es doch nicht und jetzt muss man schon wieder bedenken dass ja der chosen das alles ohne checkpoint spielen musste ich muss mal was testen ich habe doch normalerweise drei dreher also 1 2 3 und dann kein mehr so wahrscheinlich muss ich die zwei recht nah an dem block ausführen so dass der sich öfter dreht und dann habe ich aber noch ein und dann muss ich aber noch ein haben und wieder zurückzukommen es ist so frustrierend ja danke viel zu langsam und dann und dann Oh, hi. Oh, jetzt passen die Goombas nicht Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin, okay So, wir sind wieder hier Ja Ja, okay, verstanden Oh Gott So, was kommt jetzt? Fortschritt Ich muss immerhin nicht sofort reagieren, es ist ein Checkpoint Aber das heißt, den schwersten Teil des Levels haben wir auf jeden Fall noch vor uns Ah Alter, zum Glück habe ich den ausgelöst und jetzt bin ich noch ein bisschen gewartet Uiuiui Ach so Hä? Was ist denn jetzt los? Ah, okay, da hätte ich jetzt Okay, okay, okay Da kriege ich den nächsten Okay, also jetzt geht es nach oben Ganz neuer Abschnitt damit sozusagen Ganz neuer Abschnitt tatsächlich Das hat mir jetzt noch überhaupt nicht, dass es nach oben geht Okay Okay, 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 okay Nee, also ich muss auf jeden Fall den erst abwarten Ich kann nicht unten durch Unten durch geht überhaupt nicht Eigentlich könnte ich hier Wandsprünge machen Okay, da muss man enorm schnell sein Okay Jetzt wo ich weiß, dass da oben gleich noch ein neues kommt, kann ich ja schneller nach oben drehen Das ist ja schon mal gut zu wissen Ah, eins mehr Okay, verstanden Oha, das hat mich hingehauen Null Aber reicht nicht mehr, ist klar Okay, das könnte aber Ah, nee, nee Ich glaube, da komme ich nicht ran Ich glaube, der ist zu hoch Hallo Okay Aber wir beruhigen uns Wir beruhigen uns Wir haben den anderen Abschnitt erstmal geschafft Das hier ist jetzt Das ist ganz was Neues Und Chancen weiß halt nicht, wann mein Level aufhören sollte Das ist ja auch nichts Neues Ich hatte keinen Dreher mehr Wieso kann ich den Wo ist denn mein Irgendwie Irgendwie habe ich da einen Dreher weniger als ich immer denke Irgendwie habe ich da einen Dreher weniger als ich immer vermute Ich habe doch drei normalerweise Eins Ja, das war es an der Stelle komplett Achso, das ist meine drei Ja, okay, verstanden Wie habe ich das denn vorhin gemacht, Mensch? Gibt es doch nicht Wie habe ich das denn gemacht? Da bin ich doch da durchgekommen Da war das doch noch nicht das Problem Ah, cool Da war das doch eigentlich noch gar nicht das Problem Check ich mit Ja, cool Ja, cool Ja, cool jetzt müsste ich doch noch einen haben wieso habe ich nicht noch bin ich zu dumm zum zählen ich habe doch ich habe doch jetzt nicht drei aus habe ich drei eingesetzt ich habe es nicht ich hätte gedacht ich habe dann noch ein ich bin auf beim ersten mal einfach durchgekommen und jetzt kann ich plötzlich nicht mehr zählen oder wo ist das problem da bin ich einfach durch komme ich weiß nicht was ich anders gemacht okay ich check gar nichts mehr ich hätte schneller runter gemusst aber auch da funktioniert also wieder der der dreier dreher meine rettung ich weiß was ich anders gemacht habe okay ja ich habe es gestanden schnell wirst du bitte dass ich da hoch gehen schaust das war jetzt nicht so gut da kommt dann so ein paar ich muss die ganze zeit schwer wie soll man das so schnell schaffen bist du des wahnsinns gibt es ja wieder irgendeinen trick den ich jetzt erzählen btf nein also jetzt wird von der labe her okay gewesen btf 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 no z ro Computer ja auf dasg Ja, okay. Doch, doch, doch. Das geht schon mit der Zeit. Das geht schon mit der Zeit. Das geht schon. Das geht schon. Okay. Ich muss nur schnell sein. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Nein. Das wär's gewesen. Leider bin ich wieder dumm. Das ist ein Ding. Okay, von der Lava her hätt's gepasst. Ich hab die Röhre nicht erwischt. Da muss ich also auch nochmal drauf achten. Ach du Scheiße. Ah, das war dumm. Aber ich kann die Zeit auf jeden Fall nutzen, theoretisch. Das wirklich zu können zu... Ach. Scheiß drauf. Oh je, jetzt... Na, das könnte noch hinhauen. Ja. Ja, alles gut. Yes. Was jetzt? Ihr könnt mich mal... Oh mein Gott, wenn ich da jetzt noch gestorben wäre. Ich mein, der letzte Abschnitt war nicht so schlimm. Der schlimmste war der zweite Abschnitt. Der schlimmste war meiner Meinung nach wirklich der zweite Abschnitt. Oh Gott, doch, Gott, doch, Gott, doch, Gott. So, zur Entspannung. Hören wir uns jetzt noch Karamell-Danzen an. Oh. Meine Herren. Hä? Ach du Schande. Ich glaube, Entspannung ist bei dem Level nicht. Entspannung ist bei dem Level überhaupt nicht. Oh, Himmel. Oh, Himmel. Checkpoint, komm schon. Yes. Aber es ist so gut, ne? Es ist so gut, Karamell-Danzen, wie es hier gemacht ist. Oh Gott, das muss ich schneller sein. Okay. Wer kennt von euch eigentlich noch das Lied? Das ist ein Meme gewesen zu... Ja, eigentlich schon vor fast zehn Jahren, oder? Eines der ersten Meme-Songs, könnte man sagen. Ach Gott. Ich krieg's nicht hin. Ah, das ist so, ich muss da so schnell sein. Krieg's nicht hin. Ich"... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Boah, es ist... Es geht so schnell Oh yes Okay, Entspannung war an, ne? Aber, es ist echt schön gewesen Es ist echt, echt gut gewesen Kann man nix anders sagen Boah Okay Schluss Genug Aufnahme Wahnsinn Das, das waren drei Parts Und ich bin fix und fertig Danke fürs Zuschauen Und tschüss